Eine aktuelle Umfrage hat gezeigt, dass für die Bürger die Wohnungspolitik und die Gesundheitspolitik der Regierung derzeit Priorität haben. Auch der Bildungssektor und die Sozialpolitik genießen großes Interesse. Anders ist es jedoch bei der Außenpolitik, die viele Menschen nur wenig interessiert. Auch mit der Wirtschaftspolitik beschäftigen sich nur wenige Bürger. Artikel über die Finanz- und die Kulturpolitik werden jedoch am allerwenigsten gelesen. Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage zum Thema, was interessiert sie in der aktuellen Politik, brachte interessante Ergebnisse. Viele Menschen finden zwar die Bildungspolitik der Regierung wichtig, halten jedoch die Kulturpolitik für völlig unbedeutend. Auch über die Außen- und die Wirtschaftspolitik wollen sich viele Bürger gar nicht informieren. Am wenigsten jedoch interessiert die Bürger die Finanzpolitik. Dafür lesen fast alle mit Interesse Berichte über die Wohnungspolitik und die Sozialpolitik. Und es gibt nur sehr wenige Menschen, die kein Interesse für Gesundheitspolitik zeigen.